Hallo, mein Name ist Bernd aus Berlin, ich bin vom Hanfparade Orga Team und ich möchte euch einladen, am 10. August mit uns gemeinsam die Hanfparade zu begehen. Wir treffen uns um 13 Uhr am Bahnhof Zoo. Bitte kommt zahlreich, denn einen Monat später ist ja Wahl und wir möchten einfach deutlich machen. Wir sind viele und unsere Wahl ist Hanflegal. Also kommt nach Berlin.